Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, Sophie, du kannst aufwendig hinzusetzen, wir gehen ja schon. Hey, Kinder dürfen nicht hinein. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. So kriegst du mich nicht. Ich steh nicht auf Kids. Dann eben nicht. Okay. Gut, dann müssen wir vielleicht mit dem Wagen rein. Kann das. Das kann. Ihr könnt durch. Was, wirklich? Dankeschön. Also natürlich nur im Gedanken gesagt. Ich wäre auch doof, wenn sie das hier mit dem Wagen gesagt hat. Was? Danke, dass wir rein dürfen. Nach Trabia Garden wird der Balam Garden attackiert. Die Uniform stinkt ja widerlich. Ach nö, und sie kratzt auch noch. Ein Zeitplan. Ach, das ist doch jetzt egal. Wir müssen die Raketen stoppen. Wir werden sämtliche Räume durchsuchen und sie zerstören. Am Schluss werde ich die ganze Anlage die Luft sprengen. So mag ich die Surfie. Na dann mal los. Und ab. Undercover. Undercover. Und trotzdem sind wir Vollidioten. Wer können wir hier rein? Ach ja. Okay, wir sind Vollidioten. Alter. Wieso bleiben die auf einmal stehen? Geht nicht auf. Oh, vielleicht der Knopf. Hey. Da ist ein riesen Knopf. Oder hier. Eine ID-Karte. Haben wir nicht. Bleib ruhig Selfie. Die lag im Wappen. Die lag im Wagen. Vielleicht passt sie ja. Identifikation positiv. Zugriff gewährt. Ja. Da steht ja jemand. Was tue ich jetzt? Langsam gehen? Einfach so wie immer? Oder leise vorbeisteichen? Vorbeisteichen ist ja ein Druck. So wie immer? Oder langsam gehen? Langsam gehen. Wir laufen fällt jetzt gleich auf. Wir sollten langsam vorbeigehen. Hey jeder, wartet. Hoppla. Was will er? Waren wir doch zu aufwendig? Schönere allen Glied. Ihr wurdet wohl streng erzogen, was? Seid euren Eltern dafür dankbar. Jawohl. Was läuft denn da, Alte, plötzlich? Ich weiß es nicht, Selfie. So ist, damit ich ein Selfie. Irgendwie Angst, dass wir hier die ganze Zeit speichern können. Hier geht es zum Raketenlift. Danke, dass du uns das sagst. Eigentlich müsste die letzte Abschlussrampe bald eintreffen. Wir sind geiler am Checken, ich störe uns nicht. Wir müssen hier überhaupt hin. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind hier falsch. Dann da hoch. Der Zutritt ist verboten. Hey, Finger weg! Wie viel kommen wir denn jetzt weg? Ich bin schon wieder bezahlt. Da finde ich ja rum. Wir haben Alarmstufe A. Der Raum wurde noch nicht kontrolliert. Kein Zutritt. Was nun? Wir können höchstens hier rein. Äh. Okay. Das ist ganz, ganz ziemlich random. Der Zutritt ist verboten. Habe ich langsam verstanden. Dann muss ich mal ganz, ganz kurz nachgucken, wie es hier weitergeht. Alter, ich habe keinen Blasenschirmer. Hier funktioniert mein Brain nicht. Ich habe keinen Blasenschirmer. So, lol, hä? Hier kann man auch noch lang. Ich weiß ja gar nicht. Blende. Hä? Was wollt ihr? Wir sind beschäftigt. Ey, du musst gleich den Generatorraum checken. Ist es schon so spät? Ich hab auch heute wegen dem Abschluss keine Zeit. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eine Nachricht weiterleiten? Sag bitte dem Mann am Raketenliff, dass er alleine hingehen soll. Ah, tu mir bitte den Gefallen. Danke. Ah, okay, dann bekommen wir den weg. Schon mal gut. Mal wenn ich das speichere. Soll ich mir das ganze speichern, die ganze Zeit speichern? Ach, da kann ich nicht sicher den Gefallen. Oder? Hier geht es um Raketenlift. Ja. Oder den hier. Ich muss... Oder den hier. Achso. Ähm, Entschuldigung. Wir haben eine Nachricht. Was denn? Was nochmal? Er soll vorausgehen. Er will hier den Generator. Wir sollen alleine hingehen. Die anderen sind zu beschäftigt. Hab verstanden. Aber ich hab selbst noch viel zu tun. Können Sie den ausrichten, dass ich das zur Zeit nicht schaffen kann? Boah, jetzt ist das hier noch hergelaufen. Ich hab's heute nicht, weil er ebenfalls beschäftigt ist. Was machen wir jetzt? Was war für mich? Ich hab keine Ahnung. Es hilft nichts. Können Sie das nicht erledigen? Was ist gegen die Fortschrift? Was ist, wenn der Kommandeur davon Wind bekommt? Ach komm. Wir sollen doch nur gucken, ob die Geräte laufen. Na gut, wenn du meinst. Das so sieht's aus. Wir zählen auf euch. Verstanden. Ich werde's komplett demolieren. Hier lang? Ne. Okay, dann zurück. Ja, zurück. Wahrscheinlich der Raum hier, oder? Uns wurde die Kontrolle des Raumes befohlen. Okay, dann hab ich jetzt, dann hab ich noch jetzt Wachablösung. Ich hol meinen Partner, viel Spaß bei der Kontrolle. Eißig. Hier, wahrscheinlich der ist der, der hier. Der rote Schalter. Was mach ich jetzt mit der Kontrolltafel? Blind herumtippen oder ein paar Mal draufschlagen? Okay, warte, ich werde kurz gucken, was man tut. Ey, ich will die zwei schon machen, okay? Blind herumtippen, das kann ja auch wieder gut sein. Erst Glück. Das ist auch total schlechte Übersetzung. Das ist auch total schlechte Übersetzung. Ich guck mal, ich guck einen englischen Guide an. Und das ist kaum etwas anderes, was da steht. Das ist, äh, square. Und da rumzippen. Keine Ahnung wie, aber ich kann es mal versuchen. Es passiert nichts. Ich muss nochmal probieren. Ach, komm mal. Ja! 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 Ui! Das sieht jetzt aus. Fehler in der Stromversorgung. Techniker, bitte zur Kontrolle. Das können wir uns nicht erwischen lassen. Wir müssen schnell aus dem Raum gehen. Los geht's! Hey, ihr da. Was ist denn hier passiert? Oh nein, ausbrechen jetzt. Okay, nicht heraus, nicht lang fucking umnieten. Ach, das ist doof, umnieten, oder? Ich weiß es nicht. Aber das könnte man halt hören, ne? Ausreden? Kommt doch von wie? Läd dich raus. Eine Ausrede, eine Ausrede. Wir sind auch irgendwie gekommen, wir wollten gerade Hilfe holen. Wir wollten gerade Hilfe holen. Wir wollten gerade jemanden holen. Verstanden, überlasst uns den Rest. Wir sind gerade eben gekommen, die haben uns ja eigentlich geschickt. Hey, was macht's? Ah, was zum Teufel? Ah, scheiße. Ja gut, dass sie diese Wörter nicht zensiert haben, in 7 haben sie sie ja zensiert. So, weiter, weiter. So, viel ist ja ziemlich schräg. Jetzt lang, oder wie? Also ich werde jetzt sowieso lang gehen wegen dem Speichern. Ah ja, hier bin ich so beklärt. Elf mal mit. Wir haben wegen dem Stromausfall nicht genügend Leute. Wenn es sein muss. Okay, los. Oh, warte. Jetzt können wir vielleicht das Ding bedienen, oder? Ja. Ey, ihr da. Euch hab ich ja noch nie gesehen. Was mach ich jetzt? Mach keinen Aufstand, erst einmal wegrennen. Kämpfen. Kämpfen, wegrennen ist doof. Mach keinen Aufstand, das klingt aber auch irgendwie doof, weißt du. Erst einmal wegrennen, wegrennen ist sowieso doof. Kämpfen. Ich finde, wenn da kämpfen natürlich steht, ist das halt schon irgendwie, klingt das wie die falsche Entscheidung. Weiß auch nicht. Mach keinen Aufstand, Mann. Aber das ist uns ja eigentlich egal. Können wir uns kurz helfen? Wir helfen zu riskant wegrennen, jetzt aber kampf... Nein, helfen. Hierher, komm bitte mit mir. Ich bin da an der Coverbank. Nächst ausgerechnet in einen Schroh-Ausfall. Was macht denn der Verantwortliche? Ach, ich will mit euch mitlaufen. Was ist hinten? Eine muss in die Mitte und zwei nach außen. Das dürfen ja nicht auffallen, ne? Ich will sie eigentlich gar nicht schieben. Ach, Jesus, Alter, ist ja gut. Hallo? Halt einen Moment. Gute Arbeit. Jetzt müssen die Koordinaten auf der Tafel überprüft werden. Die Kontrolltafel wurde eben hochgefahren. Kontrolltafel, wir kommen langsam auf unserem Ziel heran. Was machen wir jetzt? Wir werden es komplett zerstören. Wir werden es zertrümmern. Aber was ist, wenn wir die Raketen aus der Seine abfeuern? Wir sollten es nicht komplett, sondern nur teilweise demolieren. Das klingt gut. Ey, wir sehen uns eigentlich ziemlich gut an, oder? Ziel bestimmen. Ja. Ziel bestimmen. Warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Ach so, Flugbahn korrigieren. Ich kann das ja wirklich auswählen. Rechts Fehlerquote vergrößern, links Fehlerquote verringern. Ich würde sagen, Maximum. Fehlerquote. Hä? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020